hallo ihr lieben die nachbarsbauern zwei ahnungslose voller tatendrang im wald sind wieder unterwegs und ja ich darf mal wieder bäume verladen hier von der zweiten transport mission nachdem er gestern ist ein bisschen chaotisch war aber wir haben es ja geschafft ja und ich weiß ja nicht was an die treibt was 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 machst du denn schönes der kieler hat es mir mal einen gefallen tun kann es mal kurz aus dem taktor aussteigen wieso willst du einfach mal so nene einfach mal steigt mal aus und dann kannst du mal mit mit dem mittelkurs irgendwie über den schnee mal drüber hauern habe ich habe ich gerade gesehen ich bereite unseren hof vor oder wie auch immer also das eine grundstück was jetzt da gekauft haben beziehungsweise wo dann die das eisenwerk dann hinkommen soll da stehen ja noch einiges an bäume so unten am staßenland da gehe ich jetzt mal mit der kettensäge auch ich bin leider gestorben tut mir leid ich muss die folge jetzt beenden okay tschüss ich mache ich muss weiter mir ist gar ein baum auf den kopf gefallen mir fallen baume vor dem traktor ja drei stücke alle drei daneben es ist wieder party hier party 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 ja ich muss unbedingt bis zur nächsten bis zum nächsten stream mal nach anderen poltergabeln suchen weil die ist irgendwie nicht so optimal und was ist wenn wir einen art lade uns holen irgendwann vielleicht aber ich glaube nicht dass das so schnell warum nicht mein ob wir das eisenwerk jetzt noch ein bisschen schieben oder nicht das ist glaube ich jetzt nicht so mein wichtiges halt dass wir uns überhaupt geschäft kommen zum bäume verladen halten also man könnte aber auch ein radlader erst mal mieten das wäre auch eine alternative ich weiß nicht was muss der einer kostet schon etwas größer dann muss es eigentlich der der wolver mit der großen poltergabel sei mit der der komischen mit dieser hängenden warum muss es der sein weil das das non plus ultra im holz verladen ist warum kommt man damit höhere auf oder der der ist halt du kannst relativ viel machen und der ist halt auch eigentlich dafür gedacht um die mammutbäume zu fahren okay ja die wollten wir also da würde ich den auf jeden fall mal priorisieren was kostet die kiste so keine ahnung ich bin gerade am konzentrierten verladen hier konzentriertes arbeiten dann gehe ich mal gucken was die kiste hier kostet ja bist du deppert 380.000 was doch oder so was kostet so normaler radlader mit zum poltergabel weil da passen auch schon viel mehr bäume rein aber gut kleinste aber der kleinste was hat der 40 aber den nehmen sich glaube ich alle nicht viel nur ich weiß nicht 100 ps ist schon fast ein bisschen mager oder denke ich auch das macht ja keinen unterschied bei den so lange gaben sind übrigens würden für den radlader nicht für den frontlader dass die muss ich noch mit rein nehmen das ist das was mir gefehlt hat aber die poltergabel da gibt es auch nur gibt es verschiedene größen von dem poltergabel nicht auch gerade radlader werkzeuge ihr entlade greifer lh 180 aber das ist ja auch der der große der keber weißt du was ich mal eben die poltergabel ich will nur wissen wie groß die ist und dann kann man wenn man wenn man mal dann fahren wir ja bestimmt gleich mal dann vorbei dann kann man mal vergleichen das ist der eine ist drüben runtergeblumst wieder als ich bin mir ziemlich sicher dass die poltergabel deutlich größer ist wie die vom fortlader ja das problem ist halt nur gerade das hatte ich ja auch in frankreich gehabt mit der größe mit der poltergabel vom radlader die ist zwar größer aber wenn du dann nicht genügend bäume zu fassen bekommst dann rücken die dir zwischendurch raus das ist der nachteil von dem ding irgendwie ja gut aber das hast du mit dem fondlader halt auch so oder teilweise wenn die poltergabel geschlossen ist ja deswegen will ich mal gucken ob es irgendwie die eine oder andere mod poltergabel gibt bleibt los da drauf hallo lässt du dir jetzt los aber weißt du was wir definitiv in der nächsten folge machen werden nein ich weiß nicht was wir in der nächsten folge machen werden ich schon wir werden bäume ziehen wir haben jetzt zwei seilwinden da kann man ja richtig action machen ich schmeiß hier nämlich ein paar bäume ich bin auf dem weg zum sägewerk hast du deine bäume schon verladen cool und dann kann man ja beide missionen gleich abgeben dann gibt es ja wieder richtig schotter diesmal fahre ich langsamer um die kurven ja ich habe das so oh 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 schlechte erfahrung okay und ich meine es geht hier gerade so ziemlich steil bergab und der anhänger schiebt ein wenig so lange nicht die sachen macht wie bei ets neulich ist das alles gut weißt du du fährst wir haben ja da auch den winter mod mit passender physik und ich hatte ein auflieger der irgendwie damit nicht zur rande kam du musst erforschen du fährst herzengerade auf einer mautstation zu bremst und da siehst du nur noch im rückspiegel wie dein der auflieger wer kommt komplett ein keilt und dich dann rumreißt und du in der bremsphase in 360 grad dreher mit einem 40 tonner hinlegst cool und unterwegs weiterfahren da ja ich habe aber auch den ein oder anderen unfall gehabt wo es mich von der karte gehauen hat und unter die karte gehauen hat und ich weiß nicht genau das den muss ich nämlich für heute abend noch tauschen das war irgendwie ganz wild das ding da so hat uns haben sie gewerkt bin ich schon mal okay dann kommst du hier gleich vorbei ja so jetzt können wir stoff geben hier also noch noch mal auf das ding radlader oder eisenschmelze ich würde wirklich die eisenschmelze bevorzugen weil die halt dann ein kontinuierliches einkommen halt auch produziert schon klar aber ja ich war da ist ja da ist ja hallo 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 spiel alles gut bei dir die macht komische sachen so diesmal mache ich auch bei der kurve am shop ein bisschen langsamer auch nur aus sicherheitsgründen dann kann ich ja noch bei meinem totholz weitermachen auch eine totholz mission ist auch noch ja die ich vorhin ja irgendwie letzter folge vor letzter folge irgendwie angefangen hatte okay ich dachte hier ist ja ich bin ja dann runter gekommen hatte dir den unimog mit dem zweiten auflieger gebracht das ist so einer da hatte ich hier dass er dann unterbrochen ja vorhand hier sind oh gott hilfe hier sind auch noch so widerliche dekobäume warum geht die erste da nicht weg ok jetzt der wild ich manchmal nicht wieso kann man die erste manchmal nicht absägen wieso kann ich unter dem baum nicht durchlaufen das ist hier ganz will die sachen die hier passiert sooo ich entaste die bäume die ich gefällt habe schon mal ein bisschen obwohl das gerade echt irgendwie crazy ist aber naja mach mal halt mal ein bisschen sooo wir noch absägen hier zack oh da steht ja noch ein bisschen was ja gut dann liebes reh es tut mir leid dein wald der muss leider weichen wir müssen hier ein industriegebietchen bauen es ist wichtig so schau es aber du kriegst einen ersatz wald irgendwann mal später das 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 ist ein guter deal da da würde ich sofort einsteigen da wäre ich sofort dabei einmal achterbahn für mein zuhause oder 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 vielleicht bekommt es auch noch ein bötchen wenn wir mal irgendwann eines bauen oder zwei ein eigenes ein eigenes boot für das rei ist das nicht vielleicht ein bisschen over ach nö nisch nisch nö aber da kann keiner sagen nö 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 Spur den hier noch ach warum die Segea Animation manchmal abbricht als ganz wild wild things gonna happen here oh yeah bum 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 ja das sind ein paar baumstimmig hier oder wenn man da mal ganz schön viel spaß haben ja ich glaube missionen würde ich dann jetzt erst vielleicht nur noch die sahne stückchen annehmen glaube ich weil ich hier mal ein bisschen vorhanden gekommen sind ja denke ich oder die totholz die würde ich jetzt dann erst mal ignorieren die frage ist wegen felsen ob wir den den kleinen dann zurückgeben wollen erst mal oder ja wohl wollten die die felsen bei uns noch so lange würde ich gucken wenn dann jetzt noch welche hier auf dem grundstück sind die wir dann jetzt finden so lange würde ich einfach noch behalten ja da wird man definitiv noch ein paar finden ich meine das grundstück ist ja riesig also wir über zwei grundstücke kristbaum habe ich auch schon umgeschmissen dann der hässliche kristbaum da kann man hier noch eine ganze weile entasten hier wo das sind ersten das ist so wenn das richtig funktionieren würde das sind ersten das wäre schön ja das nächste ding wäre halt ein vollernter mal kurzfristig mieten weiß ich nicht einmal alles kurz umhauen gleich auf länge machen weiß ich nicht da geht der ganze spaß doch irgendwie verloren oder mit unserem umladeplatz und ja komm wie oft wirst du jetzt auch anfangen ach komm säg doch jetzt bitte einfach den baum um vielen dank kann der überhaupt auf elf meter ablängen ich glaube die neuen können bis 24 meter oder also nach dem platinum das haben sie jetzt geändert mhm weil die alten konnten das irgendwie nicht ne ja ähm totals habe ich jetzt noch nicht weiter gemacht da steht ja auch noch ein kleines bäumchen ab jetzt bald ja nicht nicht warum willst du nicht umfallen ich habe ihn schon gesägt warte hier habe ich schon zweimal gesägt so geht das jetzt aber noch mehr stückchen da oben liegen ja ein paar feste brettchen feste brettchen ja kann man gebrauchen kann man die teuer wenigstens verkaufen ach bestimmt ja äh ein 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 witzel hier an bahnstämmen hier irgendwie ich sehe gar nichts so ähm ja 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 oh ja oh ja äh liebe leute äh bei youtube feierabend für heute nächste folge ja geht's mit holz weiter wer hätte es gedacht äh ja mal gucken wie äh ich sehe hier den Wald von Bäumen nicht mehr äh es gibt auf jeden Fall viel zu tun äh also einfach wieder reinschauen wir würden uns freuen und äh bis dahin äh tschüss und äh tschau ja vielen dank fürs einschalten liebe leute äh äh kommt auf twitch vorbei äh und äh und äh habt spaß mit uns hier beim Bäume fällen ansonsten gehabt euch wohl bis bald tschüss äh 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 äh